Hallo, die musikalische Erbauung für den 12. Februar. You are the greatest lover, Louvre. Tja, auch das ist möglich. Und hat sich groß was geändert? In jedem Fall, wer singen kann, ist vorne. Und Gott sei Dank fragen kann. Louvre, you are the greatest lover. Ist gut, wirklich gut, kannst du glauben. Los, geh rein, hör's dir an. Und der Tag ist dein.